Zuallererst Samples anfertigen. Immer Samples anfertigen, immer absehnen. Es bringt euch nichts, wenn ihr nicht wisst, wie das Produkt circa aussehen soll. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, heute zu einem Real Talk, zu einem Video, das einigen von euch auf die Sprünge helfen soll. Mein Instagram-Account geht über und die meistgestellte Frage, die ich im Laufe der Zeit immer wieder bekommen habe, ist, wie gründe ich eine Modemarke? Ich werde mich in diesem Video mit ein paar Tipps und Erfahrungen auf diese Fragestellung beziehen, euch auf den Weg geben, aus welchen Gründen man eine Marke gründen soll und aus welchen Gründen man sicherlich keine Marke gründen soll. Und vor allem, was man bedenken muss, wenn man dieses Vorhaben in die Tat umsetzen möchte. Zuallererst vorweg, ich bin absolut nicht der erfolgreichste Unternehmer und der schlauste Kopf und der mit der meisten Erfahrung und der das Game verstanden hat. Absolut nicht. Ich bin jemand, der am Weg ist, der sehr, sehr viele Fehler macht und immer wieder reflektiert, immer wieder darüber nachdenkt und keinesfalls unfehlbar. Nice, Digga. Wer mich als Kredibilität herziehen möchte, hat sich dazu eingeladen, sich meine Erfahrungen und meine Meinung dazu anzuhören, aber ich möchte mich nicht auf irgendein Podest heben als der erfolgreichste Designer im deutschsprachigen Raum oder sonstiges, sondern einfach nur meine Erfahrungen und vor allem meine Ansichten bezüglich dieses Themas mit euch teilen. Zuallererst möchte ich aber auf das Thema eingehen, warum man auf keinen Fall eine Modemarke gründen soll. Warum habe ich mich so lange nicht zu dem Thema geäußert? Weil ich einfach diese Entwicklung, dass jetzt jeder eine Modemarke gründen will, äußerst kritisch betrachte. Früher war es der Trend YouTuber zu werden, dann war es der Trend Influencer zu werden und jetzt ist es anscheinend das Ziel schlechthin, seine eigene Marke zu haben. Ich glaube aber, dass nur deswegen einige eine Marke gründen wollen, weil sie einfach nur auf die Profits, auf die angeblichen Profits aus sind, wie Bekanntheit, Geld, das coole Dasein eines Designers, sich gut fühlen oder sonstiges die Ziele sind. Das heißt, der Grund, warum sie eine Marke gründen wollen, ist einfach nur die scheinbar positiven Nebeneffekte, die eine erfolgreiche Marke mit sich trägt. Wer aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, eine Marke gründen möchte, dem sei eines gesagt, es wird nicht funktionieren. Nur diejenigen, die der Meinung sind, dass sie einen positiven Mehrwert, etwas Neues, etwas, das es so noch nicht gab, für einzelne Kunden oder für den Markt darstellen könnte, der könnte sich überlegen, ob er eine Marke gründen sollte. Aber selbst dann ist eine Marke zu gründen absolut nicht jedermanns Sache. Dieses Bild, nichts, was schöner ist, als irgendwas zu designen und dann an eine große Masse von Menschen zu verkaufen und dann Rolex-Uhren oder teure Autos zu kaufen, das ist vollkommen falsch. Eine Modemarke aufzubauen ist zerstörerisch, ist deprimierend, ist etwas, das einen fertig macht, ist etwas, das einen immer wieder auf den Boden der Realität zurückhält. Etwas, das ermüdend ist. Ich habe allein letzte Nacht kein Auge zugetan, weil es momentan Dinge gibt, die mich beschäftigen, die ich vorantreiben möchte. Also dieses scheinbar Tolle ist einfach nur ein Nebeneffekt und absolut nicht der Fokus, den man haben sollte, wenn man eine Marke gründen möchte. In meinem ganzen Leben hatte ich kein Projekt, das mich so sehr beansprucht und eingenommen hat, wie das Projekt meiner Modemarke. Und auch wenn ich mir vielleicht Uhren gekauft habe, sind diese Uhren in keinem Fall das Ding, warum ich eine Marke gegründet habe. Ich habe eine Marke gegründet, weil ich etwas bieten wollte, das es meiner Meinung nach so noch nicht gibt. Ich wollte Produkte auf den Markt bringen, die alles andere in den Schatten stellt, die eine Qualität liefern. Nice. Die Oma. Ich habe deswegen eine Marke gegründet, weil ich der Meinung bin, ich kann etwas schaffen und ich möchte etwas bieten und leisten, das es so noch nicht gibt. Und genauso mit der Substanz der Marke, die Storyline. Ich könnte genauso wie jede andere Marke oder wie sehr viele andere Marken einfach coole Designs auf Shirts und Pullover printen, die dann über irgendwelche Influencer vertreiben und dann Cash machen mit Produkten, die ich möglichst günstig herstellen lasse und die dann möglichst teuer verkaufe. Das mache ich aber nicht. Wie viele wissen, ist meine Gewinnspanne bei M&M gar nicht so hoch, weil wir sehr hohe Produktionskosten haben. Aber das hält mich nicht davon ab, weil mein übergeordnetes Ziel ist, einen Mehrwert im Modebereich herzustellen und Produkte herzustellen, die die Kunden vollkommen zufriedenstellen. Und diese Überraschung, dieses Lächeln und dieses Glück, wenn die Produkte ausgepackt werden, ist das, was mich am meisten erfüllt. Aber der Weg dahin, die einzelnen Etappen, die einzelnen Niederschläge, die vielen stressigen und unzehrenden Momente, die sind, wenn man nicht dafür gemacht ist und wenn man nicht bereit ist zu leiden, um die größere Vision eines Projektes, das man schafft, wer nicht bereit ist, das einzugehen, für den ist das nicht gemacht. Jeden Tag setze ich alles daran, die Marke und den Mehrwert, den ich schaffen möchte, voranzutreiben und mich stetig zu verbessern, um immer besser und besser zu werden. Aber gar nicht, um irgendwann mehrere Millionen mit einer Kollektion zu machen, sondern die Zufriedenheit der Kunden zu erreichen. Und wer das nicht, wer nur für den Profit eine Marke gründen möchte, der sollte es lieber lassen. Gleichzeitig würde ich auch Leuten, die in diesem Bereich etwas machen möchten, auf den Weg geben, einen Schritt mehr nachzudenken, sich eine Nische zu suchen, in der diese Überfüllung an Angeboten noch nicht vorhanden ist. Ein Trend, der sich entwickelt hat, ist, dass sehr viele Leute eine Marke gründen wollen. Sehr viele Leute wollen Shirts, Hoodies, Hosen, Trackpants, Caps und sonstige Dinge herausbringen und die verkaufen. Warum nicht eine Dienstleistung oder sich in einer Nische einer Dienstleistung platzieren und dort eine Expertise entwickeln, die all diese angesprochenen Leute bestmöglich bedient. Wie zum Beispiel, ich konzentriere mich darauf, die besten Zipper zu erstellen. Ich konzentriere mich darauf, den besten Stick zu machen. Eine besondere Expertise in einem dieser Teilbereiche zu erstellen und Leute mit dieser Expertise zu surfen. Das wäre ein Schritt, der weitergedacht wäre. Und wenn es da Newcomer gibt, die sich diese Expertise angeeignet haben, die tolle Produkte erstellen, dann würde ich in keinster Weise zögern davon, die mit ins Boot zu holen. Das ist jetzt keine Aufforderung an euch, sich in dieser Nische ein Breit zu machen, nur damit ihr mit mir kooperieren könnt. Sondern es soll einfach einen Blickwinkel aufzeigen, wo es vielleicht intelligenter wäre, sich aktuell zu platzieren. Jetzt Tipps und Tricks. Solltet ihr diese Voraussetzungen erfüllen, wie das funktionieren kann, ist, und ich glaube, da habe ich die Motivation schon angesprochen, die übergeordnete Vision zu sehen. Ein übergeordnetes Ziel zu haben, das nicht der Fame, das Geld oder die Bestätigung ist, wenn man erfolgreich ist, sondern wirklich nur eine Vision zu haben, was man schaffen möchte. Für welchen Kunden soll dieses Produkt sein und welches Bedürfnis, das so noch nicht bedient wird, soll damit befriedigt werden. Das ist die Vision, die man haben sollte. Und wenn man diese Vision hat, wenn man eine klare Vorstellung davon hat, wie man etwas umsetzen soll, dann nicht lange nachdenken, sondern das meiste lernt ihr aus dem Machen. Ich mache heute noch so viele Fehler, aber aus jedem einzelnen Fehler lerne ich dazu und lerne mehr, als wenn ich im Vorhinein schon ewige Stunden, ewige Woche überlegen würde, bevor ich überhaupt den ersten Step mache. Dann eine Produktionsstelle finden. Vor allem das ist ein Struggle für viele Menschen. Zuerst muss man sich überlegen, in welche Richtung möchte man gehen. Möchte man künstliche Shirts herstellen, ist einem die Qualität wichtig oder sagt man, man macht Fast Fashion, man stellt Produkte her, die man günstig produzieren lässt, die man auch zu einem günstigeren Preis verkaufen möchte. Konzentriert man sich auf das Handwerk? Also all diese Dinge, wie das Positioning ist, sollte man sich im Vorhinein überlegen. Dann heißt es, eine Produktionsstelle zu finden, die möglichst geringe Stückzahlen anfertigt. Es bringt euch nichts, das Geld von Verwandten und Freunden zu nehmen und dann ewig viele Stück im, keine Ahnung, 500, je nachdem wie viel Einfluss ihr habt, je nachdem wie ihr denkt, einen Absatz herstellen zu können. Aber möglichst eine Produktionsstelle finden, die es euch möglich macht, in geringen Stückzahlen zu produzieren. Da ist Google euer Freund. Einfach mal einen Standort heraussuchen, wollt ihr in der Türkei produzieren, wollt ihr in Tschechien produzieren. Es gibt so viele europäische Länder, die sehr gute Qualität herstellen. Dort einfach versuchen, Produktionsstellen zu finden. Google kann da wirklich hilfreich sein. Vielleicht nicht nur auf Deutsch googeln, sondern auch Englisch oder allgemein Google Translator hernehmen und das Ganze in die Sprache umsetzen. Meistens haben die einen Account Manager, der Englisch spricht, mit dem Kontakt treten und sich einfach irgendwo finden und herausfinden, ob das möglich ist, in diesen geringen Stückzahlen zu produzieren. Eher am Anfang weniger machen und sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wenn ihr da viel Geld reinsteckt und dann bleibt alles über, dann war es das im Endeffekt. Deswegen Produkte in geringen Stückzahlen herstellen und zuallererst Samples anfertigen. Immer Samples anfertigen, immer absehnen. Es bringt euch nichts, wenn ihr nicht wisst, wie das Produkt circa aussehen soll. Dann kommt das an und dann entspricht das nicht. Die ersten Produkte werden sowieso nie ganz euren Vorstellungen entsprechen. So viel schon mal vorweg. Das ist alles ein Prozess, der ewige Zeiten und ewige Arbeit und ewigen Schweiß und Tränen in Anspruch nimmt, bis ihr wirklich ein Produkt habt, das euren Vorstellungen entspricht. Dann Feedback einholen. Unbedingt Feedback einholen. Steigt herunter von eurem Ego. Steigt herunter von... Klar ist es nervig und beleidigend, wenn ihr viel Zeit und Arbeit und Liebe in ein Ding hineingesteckt habt und dann gibt es Leute, die einem das schlechtreden. Das wird es sowieso immer geben. Und deswegen sich ein Umfeld aussuchen aus Freunden, Bekannten, auf deren Meinung ihr vertraut, wo ihr meint, die haben auch Ahnung davon. Denen diese Samples zukommen lassen, Feedback einholen und sehen, wie kommt das Produkt an. Und wenn ihr dann ein Produkt erstellt habt, alles Step by Step machen. Nicht jeden Freund und jeden Bekannten und jeden Verwandten dieses Produkt aufzwingen, sondern wirklich nur gezielt Leute heraussuchen, wo ihr merkt, da ist Interesse da, die interessieren sich für das Produkt, denn das ist eure beste Werbung. Und bitte spendet nicht eure Lieblings-YouTuber voll, nur weil ihr gerade ein Kildern-Shirt bedruckt habt, das ihr im Photoshop designt habt und jetzt meint, ihr habt das Fashion-Game durchgespielt. Wir kriegen sehr, sehr viele Angebote, uns wollen sehr viele Leute Dinge zuschicken und wenn ich das Ding nicht fühle, dann will ich es auch nicht zu Hause haben, weil ich es sowieso nicht anziehen werde. Nicht irgendeine Werbung auf Instagram, wo ihr ewig viel Geld in den Sand setzt, nur weil ihr meint, ihr müsst jetzt über Instagram Reichweite schaffen, um dann an Kunden zu kommen, sondern im kleinen Bereich anfangen und Kunden erreichen, wo ihr merkt, das Interesse für euer Produkt da. Denn wenn die begeistert von eurem Produkt sind, dann werden die euer Produkt weiterempfehlen und die Weiterempfehlung ist die beste Werbung und kostet nichts. Einfach nur ein gutes Produkt. Das ist alles, was notwendig ist. Und von da an Step by Step erarbeiten. Das kann natürlich jeder nach seinem Geschmack machen, aber meine Vision ist es nicht, am Zeitgeist zu sein oder den Trends zu folgen, sondern ich überlege mir, was möchte ich mit meiner Mode ausdrücken, was möchte ich mit meinen Designs ausdrücken, was möchte ich mit der Geschichte und der Storyline hinter jeder Kollektion sagen, zeigen. Denn der Kunde, der dieses Produkt dann trägt, soll nicht nur von der Qualität begeistert sein, sondern soll damit sich selbst auch ausdrücken können und Teil der Geschichte werden. Das ist meine Vision von der Marke. Macht jeder anders, aber das ist meine Version. Findet euren Weg. Das sind die Tipps und Tricks. Was Geld betrifft, das sei jedem überlassen. Ich weiß nicht, wie ihr an Geld kommt, aber es sind keine 20.000 Euro notwendig, um eine Modemarke zu starten. Seht einfach und skaliert für euch, was meint ihr, wie viele Stück sind notwendig und arbeitet hier Step by Step. Das sind die Tipps und Tricks, die ich euch auf den Weg geben kann. Bald erscheint natürlich auch meine Kollektion im Pre-Drop, diesen Februar. Da könnt ihr auch anhand der Vorstellung sehen, wie ich wieder Dinge mache. Das heißt, wer sich dafür interessiert, seid auf alle Fälle gespannt. Ich hoffe, ich konnte einigen davon mit den Tipps und Tricks weiterhelfen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, welche Fragen ihr für euch noch nicht beantwortet seht. Inputs würden mich sehr, sehr freuen. Ich freue mich auch, in den Kommentaren mit euch über gewisse Dinge zu diskutieren oder Kommentare zu beantworten. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Freunde. Bleibt auf alle Fälle gespannt, da wird es wieder entertaining. Bleibt gespannt auf die neue Kollektion MAM Art Destructeur. Das ist es von mir, Freunde, euer Maximilian.